Donnerstagmorgen, Zeit für ein neues Workout. Wir fatzen wieder ins Eastside Gym, treffen uns zusammen mit ein paar Jungs von den Scorpions, mit denen ich gespielt habe, quatschen ein bisschen über alte Zeiten. Dreckig geworden vom Schnee, aber ansonsten immer noch auf jeden Fall das beste Mietauto, was ich bis jetzt in Deutschland bekommen habe. So, guten Morgen, Leute. Wir sind mal wieder unterwegs. Ich treffe mich jetzt mit Jakob. Heute ist Donnerstag und heute wird einfach nur Workout gemacht. Sein Mann hat heute Geburtstag. Leute, wir machen schön vormittags bis mittags unser Workout. Ja, ja, trifft mich einfach direkt. Komm mal direkt zum Gym und park da und dann komm einfach direkt rein. Das ist nur Scheich im Gym. Philipp ist auf dem Weg mit der zweiten Kamera. Ich zeige euch mal kurz den Parking-Spot, den Parking-Job, den ich gemacht habe. Mal hier. Geht doch, oder? Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich filme gerade auch von der Ecke. Ah, okay. Da sind noch zwei Parking-Spots. Nehme ich mir. Für deine Videos brauchst du da immer eine frische Frisur, lieber. Ich brauche eine frische Frisur, aber ich weiß nicht, ob ich diesen Barbers hier in Stuttgart vertrauen kann. Ich habe es selber erst gemerkt, Bro. Bro, guck mal, guck mal, guck mal. Du hast richtig gesehen, nein. Ich habe die Folie gemacht mit Gatorade-Powler und Kreatin, gell? So viel war noch drin, als ich hier ankam. Kreatin mit Zucker und so alles klebt. Nicht alles. Egal. Unten. Und dann... Du darfst dir einen Geld mehr anziehen. Genau. Hör mal, lass mich mal hinsetzen. Nicht wie beim ARD, Alter. Wir sind im Gym Lab. Zweites Workout 2023. Wir haben Giacomo, Nico und Gabi dabei. Alles Jungs, mit denen ich bei den Scorpions gezockt habe. Ich mache heute wieder entspannt. Ähnlich wie das letzte Workout. Wir machen ein bisschen Knees over Toes Programm für die Joints, für die Knie, für den Lower Body. Nach ein paar Squats, ein bisschen Bench. Und am Ende zerstören wir die Airbikes. Währenddessen labern wir ein bisschen. Ich habe die Jungs jetzt schon fast ein Jahr nicht mehr gesehen. Da ist es gut, mal zu hören, was so abging, wie es aussieht, wo sie dieses Jahr zocken. Ich mache das für die Jungs, mit denen ich jetzt hier bin. Ich mache das Gefühl, das ist für die Jungs mit uns. Ja. So, wenn wir zusammenstehen und wir bomben uns da gegen irgendwelche Halles. Ja. Das macht ihnen Spaß, aber so. Ja. 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 Das ist es. Cardio ist durch. Ein bisschen gesquattet, ein bisschen Bench. Gut gelabert mit den Jungs. Ein paar Storys von den letzten Jahren. Was machen wir als nächstes? Heute oder generell? Heute? Bro, I don't know, bro. You called it. Ich würde sagen, Zeit zum Essen eigentlich, ne? Essen, ja. Ja. Mittag. Essen. Lass essen gehen. Ich war jetzt ein bisschen trainiert. Wir haben jetzt gerade noch diskutiert, wo wir zu Essen hingehen. Wahrscheinlich jetzt mal der Turka. Ich habe sowieso vor, mal für meine amerikanischen Kollegen ein bisschen aufzunehmen, was wir hier in Deutschland so essen. Einen von Stuttgarts besseren Dönern zu probieren und dann mal für Instagram zu zeigen. Ansonsten krass, wer hier sonst noch so trainiert. Ihr seht die Leute. Ray Lewis war hier. Jerry Rice war hier. Matt Frazier trainiert hier. Anderson Silva. Sogar Mohamed Ali hat hier einen Locker. Gymlab. A1. Ihr habt's hier gehört. Wer mit dem einen Defensivant von den Bengals trainiert? Die Saus. Ohne Zwiebel. Deswegen kleiner Kopf. Krasseste Döner-Teller-Setup, was ich je gesehen habe. Fleisch zuerst, hat er gesagt. Wie gesagt, probiert einfach das Fleisch einfach mal so. Die Hater sind Lügner. Die Hater sind Lügner, Bro. Dieses Fleisch ist krass, Mann. So was von Lügner. Oh mein Gott. Boah, willst du noch was, Bro? Probier auf. Probier auf. Ich hab nur diesen Take von so nah gebraucht. Mit dem Gesichtsexpress. Ich muss nur ganz kurz den best ausgerüsteten Coach hier kurz zeigen, Bro. There we go, man. Let's go. Es gibt kein schlechtes Wetter, Mann. Es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur die falsche Ausrüstung, Mann. Ich schwitze. Hey, ist Mike an. Ja, Mike ist an, Mike ist an. Hey, zweites Mal bei ProSieben. Ich war zum letzten Mal hier vor zwei Jahren. Wir versuchen euch ein bisschen behind the scenes mitzunehmen. Philipp, haben wir die Footage von vor zwei Jahren noch? Ja. Vielleicht können wir auch mal zeigen, was vor zwei Jahren hier lief. Das ist auch ganz lustig. Und vergleichen, ob ich in zwei Jahren ein bisschen was dazugelernt habe, was Kommentieren und Football angeht. Also, wir sind hier bei RAN. Ich muss jetzt direkt eigentlich ins Studio. Gerade die wird frisch aus der Maske. Sieht gut aus. Wir waren vor zwei Jahren zum letzten Mal hier. Ich bin gespannt. Ich moderiere mit Coach und Stecker und Icke. Super Truppe. Let's go. Wir machen jetzt noch ein paar Tage zu snakten. Wir haben jetzt zwei Heimatate. Dann sind wir noch ein paar Klicks wie hier heute. Da wird sich so gut in der Fall anzunehmen. Dusstarten der Maske rein. Aber wir haben hier einen Appalierten mit Team ansehen. Was ist denn Rassen bittet hier. Volle Lasse. Ich bin neugierig. So, ich bin hier live von Icke seinem Desk, Netman-Style, die Show ist durch, Coach und Stecker sind schon weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, meine Moderation war okay. Mein Englisch war, glaube ich, dieses Mal, Deutsch war ein bisschen besser diesmal und das war's für den Vlog von heute. Wir sind durch beim Easter Gym, wir haben jetzt einen Termin beim SWR, wurden eingeladen. Ich darf beim SWR im Radio reden. Radio, manche Leute sagen, ist ein veraltetes Medium, ich feiere Radio immer noch. Ich hab's als Kind immer gehört, ich hatte nie iPod, irgendwas, ich hab immer nur Radio gehört. Außerdem ist es entspannter, weil, ich stell's mir entspannter vor, weil du ja nicht von der Kamera bist, sondern du redest einfach nur. Das heißt, ähnlich wie der Podcast. Ich kann labern, ich kann meine Füße hochlegen, ist egal, wie ich aussehe. Okay, ich hoffe, ich kriege nicht noch einen, ich werde geblitzt auf den Weg hier rüber, ich hoffe, ich werde nicht noch mal geblitzt. Let's go! Jetzt ist schnell! Du bist ja in der Stuttgart vorgekommen, hab ich gesehen, oder? Genau, genau, Olga Ausbetal. Echt? Olga Ausbetal, in der Ebenhofer Straße groß geworden, dann nach Degelof, Richtung Kohfeld gezogen. Schau mal, wer der ist, ey! Überall taucht man auf, in den Schatten. Unser Mann aus Baden-Württemberg, in der National Football League der NFL. Also, du bist ein absoluter Top-Sportler. Danke, du hast es gesagt. Das stimmt, du würdest es wahrscheinlich selber nicht sagen. Das heißt, du musst auch so leben. Kurze Frage, zum Frühstück, gab's was bei dir? Oh, ich komm gerade vom Frühstück. Ich hab zwei Frühstücksteile bestellt, einmal Ei, einmal Lachs. Also, ich hab den ganzen, in dem Café, den ganzen Tisch bedeckt mit Essen. Aber das war jetzt, glaub ich, nicht, weil ich Sportler bin. Sondern einfach, weil ich, wenn ich hier im Land bin, einfach nicht deutsche, alkoholfreie Biere. So ein alkoholfreies Hefeweizen dazu. Chefskiss. 1A. Und die Butterbrezel, damit geht's dann morgen. Ja, Butterbrezel auf jeden Fall, klar. Morgens Croissants, auch allgemein Bäckereien. In den USA gibt's keine Bäckereien. Raum vom Football in den USA spielen, klang am Anfang sowieso nur wie eine Idee, die ich mir ausgesucht hab, damit ich mich nicht auf einen Studiengang hier in Stuttgart bewerben muss. Also, ich hab meinen Freunden immer davon erzählt. Und zu Recht haben wenige daran geglaubt, dass das wirklich so klappen wird, wie ich mir das vorgestellt hab. Ich hab den Sprung in die USA in Stuttgart an die Universität geschafft. Superball, wie ist das denn? Was habt ihr eingebrochen? Ja, Jomo Trainer oder so weiter. Und irgendwie... Was ist das denn? Ja, das ist ja... Ja, das ist ja... Riesenschnitzel sein erscheint. Was? Riesenschnitzel. Wer ist denn jetzt ein Riesenschnitzel? Mit meinem alten Football-Coach. Mal schauen. Mal schauen, wie riesen das Ganze ist. Ich hab ordentlich Hunger. Philipp hat ordentlich Hunger. Let's go. Wir zerfetzen das jetzt. Schon dieser richtige Schnitzelgeruch von einem richtigen deutschen Restaurant, Mann. Wir sind hier richtig. Auf jeden Fall. Oh, this is what I call a nice German dinner right here. Schnitzel, Schnitzel. Yeah, that's me. Wir haben hier ein fettes Riesenschnitzel. Props an der Föhrig hier in Stuttgart. Gießen da mal ein bisschen Spätzle mit Soße, ja? Spätzle mit Soße macht den groß, heißt es. Spätzle mit Soße macht mich groß heute hier.